Wir sind heute bei Frau Vollmann in Oeblan. Sie haben vor kurzem noch bei ihrem Gartenzaun ein Problem gehabt. Was war das? Ja, wir hatten hier eine Ligusterhecke, die schon sehr alt war und die wir entfernt haben und dann haben wir eine Lösung gesucht und haben uns dann entschlossen einen Limeszaun zu machen. Und wie ist das Ergebnis ausgefallen? Sehr zufrieden. Es ist schön geworden, gute Arbeit, fleißige Arbeit. Es hat alles geklappt, prompt geliefert, prompt aufgestellt und dieses Resultat sehen Sie hier. Das heißt, Sie würden die Firma Limes weiterempfehlen? Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Limes. 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 Limes.